so weiter geht es hier ich hoffe es geht weiter mal eben sorry standbild ich war mir jetzt nicht sicher ob der aufnahmeknopf gedrückt wurde bin ich ein bisschen geimpft was ist denn hier los war ein bisschen irritierend der kampf mit der zeit haben wir schon mal viel durst aber nicht so viel ich hoffe das geht gut aus drei balken kriegt er weg bei neun stunden das heißt drei stunden später ist wieder ein balken weg also um neun uhr oder was das ist sieben ich hoffe wenn das auf null ist das nicht sofort stirbt sondern geht es an die gesundheit oder ich weiß es nicht aber wenn ich mir was zu trinken mitnehme ich will ja die kokosnüsse wieder mitnehmen das heißt sie belegen den inventarplatz vorher haben wir was gegessen und getrunken und ich hätte mir doch noch nachts zurück das heißt sie scheiße aber wir haben so viele sticks gerade man das wäre echt ärgerlich letztes mal habe ich mir was mitgenommen da dachte ich ah das war bestimmt zu viel da braucht mir das nicht so richtig irgendwie aber jetzt hätten wir es gebraucht 8 uhr und immer noch einbalken taure bitte ganz schnell auf diese liebe insel da vorne ja heute ist auch friday night wenn man die folge sieht ich hoffe der überlebt noch eine kleine zeit ich kann es mir vorstellen nicht dass wir kurz vorher krepieren oder so da sind schon mal die fracks energie verlieren wir noch nicht aber wenn man auf reisen ist kann man auch nicht viel aufladen und trinken das kommt auch noch dazu also man hat irgendwann gar nicht mehr so viele vorräte ich habe gar keinen platz im inventar ne ich schmeiße das ding weg hier erstmal aber wir können wieder ein bisschen auffüllen habe ich das getrunken oder nicht jetzt okay nochmal auffüllen hier nochmal trinken hallo so okay zack zack alles klar und jetzt noch zwei drei fische oder auch vier geht auch schnell weg ne ein habsen sie mund so okay palmfront haben wir ja noch genug ich weiß es noch nicht so okay weil ich das erstmal hier dass ich die axt weggelegt habe da ist auch noch genug wasser drin ne So, jetzt habe ich natürlich, ich packe erstmal hier ein paar Sticks hin. Damit ich die Axt und den Hammer mitnehmen kann. Es sind immer noch mehr Spoiled Sachen. So, jetzt möchte ich erstmal speichern, ah Gott sei Dank. So, jetzt geht es uns alles, jetzt geht es uns, ah wir haben schon wieder Hunger, what the fuck. Kann ich gar nicht, ja egal jetzt, muss aber ein bisschen hungern, das ist ja auch nicht so ein Hungern. Ja, ich muss dann das nehmen, oder? Was wollte ich denn jetzt genau machen? Okay. Haben wir das wenigstens so? Okay. Okay, jetzt gucke ich mal, kann ich das jetzt wieder abreißen oder nicht? Kann ich nicht, warum nicht? Dann verstehe ich es nicht, verstehe ich es nicht. Müsste ich dann das wieder abreißen, damit das abzureißen geht? Ne. Hä? Oder das? Ah, I don't understand. Will er dann nicht das abreißen müssen? Ah, will er nicht immer alles abreißen? Das soll doch weg. Ah, ich verstehe es nicht. Man muss Wände haben, damit man Dächer haben kann, aber ich will Wände wieder abreißen. Das klappt alles nicht, wie ich das so will. Ich glaube, ich verstehe es auch nicht. Tja, das ist die Frage, wie mache ich ihn jetzt weiter? Kann ich überhaupt weitermachen? Ich will ja hier keine Wände bauen. Aber früher gab es nur mal was anderes. Hier gab es nur mal Pillars und so. Aber das gibt es alles nicht mehr hier. Seufz. Nein, jetzt verkriege ich mich auch wieder. Das kriege ich nicht in meinen Kopf. Hier kann ich bestimmt nicht bauen. Wo soll das denn drauf halten? Das kann da gar nicht gehen, oder? Und hier? Hallo. Es geht alles nicht. Es klappt alles nicht, wie ich es gerne hätte. Ich hatte doch hier schon die Dinger gehabt. Siehste, und wenn das dann da ist, wie ich es haben will, dann kann ich das ja aber nicht abreißen. Puh, weiß ich auch nicht, bin ich ein bisschen überfragt. Hier soll ja kein Dach hinkommen. Türen. Türen soll als letztes und dann da soll als letztes ein Dach rauf. Das habe ich gelesen, aber... Andererseits würde es jetzt vielleicht ein bisschen Halt geben. Ein bisschen was trinken. Ja. Und gleich wieder ranhängen. Dann würde ich das abreißen und das alles, kann ich auch wieder die abreißen, dann kann ich den abreißen. Aber wieso? Aber dann... Hä? Puh, ich weiß auch nicht so genau. Irgendwie geht das nicht in meinen Kopf rein. Da will ich ja auch ein Fenster behalten. Wie viel kostet denn ein Fenster? Ah, jetzt habe ich hier schon... Naja... Oh, Mensch! Ich verklick mich andauernd. Ein Ding, ne? Boah, ist das schwierig. Wir haben ja noch ein Bedinger. Ich hoffe... Die kann ich doch gar nicht abreißen. Oh, das kann die abreißen. Ja, ok. Wie ist das jetzt so? Was? Ich verstehe das nicht. Warum kann ich das nicht... Hä? Ich verstehe das nicht. Kann man sich trotzdem einfach abreißen? Kann man nicht. Ich kann hier nichts abreißen. Kann ich auch nicht abreißen. Muss das andere dann schon wieder... Das geht nicht in meinen Kopf rein. Überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was ich abreißen soll und was nicht. Das klappt gar nicht. Mann, ey. Ich habe gesagt, ich kann die Wände abreißen. Und dann das nochmal alles weg. Damit ich dann den abreißen kann. Dann mache ich die Wände wieder hin. Und dann mache ich das wieder hin. Aber das klappt irgendwie nicht. Puh, gleich mache ich alles kaputt. Dann muss ich den abreißen, damit ich... Ja, schon wieder, ey. Du kannst ja nicht den abreißen. Du kannst ja nicht den nicht abreißen. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Also, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Dann mache ich die Wände ab. Du kannst ja nicht den reißen. Oh, ist das kompliziert, ey. Jetzt habe ich keine Achsen mehr. Da brennt auch nichts mehr. Da ist auch nichts mehr drin. Habe ich da was reingetan? Ich weiß es gar nicht. Toll, dass es hier dunkel ist, ey. So. Das ist sowieso falsch hier, glaube ich. Das ist doof, dass man nichts sieht, ne. Da haben wir es auch gleich geputzt. So. Ach, wenn man nichts sieht, dann kann man auch nicht so viel denken. Ist doch doof jetzt, ey. So, das mache ich jetzt das wieder hin. So, das war's. So, das war's. So, das war's. Ah ne, irgendwo hatte ich doch irgendein Fenster gehabt. Oh, ich bin doch polüt. Steal, 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 brauche ich glaube ich mal... Hä? So, da wollte ich ein Fenster haben. Reicht das auch dann? Ja. Es sah eben komischer aus, als es eigentlich ist. Habe ich jetzt schon wieder alles falsch gebaut? Keine Ahnung, ich weiß nicht wie ich das bauen soll. Ich weiß es nicht. Da hat er nur den einen Pinübel jetzt weggemacht. Oh, ich drück immer B, ey. Kann ich da jetzt? Kann ich. Da speichere ich mir, das ist schon mal richtig. Wie soll das denn hier gehen? Das kann ja gar nicht gehen. Hier kann es doch gar nicht gehen. Ich krieg das nicht in meinen Kopf. Überhaupt nicht. kriegt man nicht mal ein richtiges Dach hin. Tisschen. Aber ... Na ja. Geh mal schlafen. Naja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüssi.